Moin Leute und herzlich willkommen zu einem nicht ganz so erfreulichen News Video heute mal wieder und zwar zu einer komplett ungewöhnlichen Uhrzeit, weil es einfach nur eine Tragödie ist, sag ich jetzt mal. Die Rede ist natürlich von dem Angriff auf WPA2 und zwar dem sogenannten Cracks Angriff oder Key Reinstallation Attack auf WPA2. Ich habe euch gleich noch ein paar Links, die stehen natürlich auch in der Beschreibung unten drin und zwar zu dem offiziellen Link, es gibt ein Paper dazu, das könnt ihr euch gerne durchlesen, und da ist dann wirklich alles sehr ausführlich beschrieben und ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Informationen für euch, wie das ganze Ding abläuft, was es überhaupt ist und was alles betroffen ist. So, also was ist Cracks im Endeffekt? Naja, Cracks ist eigentlich ein Angriff auf die Verschlüsselung von WLAN und zwar die aktuelle Verschlüsselung WPA2. WPS, WEP und WPA, also ohne zwei, die sind schon lange gebrochen. Das waren die drei Verschlüsselungen, die man davor hatte. Jetzt ist auch offensichtlich WPA2 mit einer gravierenden Sicherheitslücke betroffen und WPA2 ist dazu da, dass der Traffic, den ihr von euren Handys oder von euren Notebooks oder sowas an den Router schickt, dass dieser Traffic eben verschlüsselt ist. Das heißt, im Endeffekt WLAN ist ja von jedem mitlesbar. Jeder, der in der Reichweite von eurem WLAN ist, kann auch euren Traffic mitlesen. Das heißt, das, was ihr schickt. Wenn dieser Traffic aber verschlüsselt ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, den mitzulesen. Und das ist sozusagen das, was bisher gegolten hat. Der Traffic war einfach verschlüsselt, also kann ihn niemand mitlesen. An sich soweit gut. Wenn die Verschlüsselung aber scheiße ist, so wie bei WPA2 zum Beispiel, dann kann man da draußen einen Angriff fahren und in dem Fall gibt es auch wirklich einen praktischen Angriff auf WPA2. Und man kann die Verschlüsselung einfach umgehen. Und das ist eher ungünstig, sage ich jetzt einfach mal. Und sollte eigentlich nicht vorkommen. So, ja, was im Endeffekt daraus resultiert, ist, dass jeder euren Traffic über WLAN lesen kann. Und in den schlimmsten Fällen, es gibt mehrere Stufen sozusagen von dem Angriff, von dem Cracks-Angriff, kann man auch was einfügen und was manipulieren. Das heißt, sagen wir mal, ich mache Online-Banking. Und wenn ich jetzt Online-Banking mache, dann gebe ich ja normalerweise einen Empfänger von meinem Geld an. Das heißt, ich sage jetzt, okay, ich möchte an meinen Kollegen XY Geld überweisen. 1.000 Euro. Warum auch immer. Und dann sagen die Angreifer hier in dem Fall, hey, das Geld geht nicht an deinen Kollegen XY, sondern das Geld geht einfach an uns. Und das ist natürlich dann schon ziemlich böse. Auch Lesen ist natürlich kritisch zu betrachten, weil man möchte natürlich nicht, dass jetzt irgendwelche privaten E-Mails oder sowas einfach in die Hände von Angreifern, die gerade einfach nur vorbeifahren müssen. Mehr müssen die nicht machen. Die müssen nur in Reichweite von eurem WLAN sein, damit der ganze Angriff funktioniert. Das Brutale dran ist im Endeffekt, jedes System, das WLAN unterstützt, ist betroffen. Es ist nicht irgendwie eine Linux-Schwäche oder eine Windows-Schwäche, sondern es ist wirklich eine Schwäche von dem Protokoll WPA2. Und das ist heftig, weil ja, jetzt ist im Endeffekt jedes Handy, also Android ist betroffen, Linux ist betroffen, Windows ist betroffen, eigentlich ist alles betroffen. Alles kann WPA2 und alles ist daher betroffen. Besonders schlimm ist es aber für Android und Linux. Android basiert auf Linux, also ja, im Endeffekt ist es dasselbe. Aber besonders schlimm ist es für die beiden, denn bei denen funktioniert der Angriff tatsächlich so, dass man auch einfügen und manipulieren kann. Bei Windows und Mac, soweit ich weiß, nur lesen, also ist nur lesen möglich. So, was könnt ihr jetzt machen? Ich erkläre euch gleich noch, wie dieser Angriff genau funktioniert. Was allerdings das Wichtigste ist, ist, was ihr machen könnt. Sobald es Patches gibt, die ersten sind schon angekündigt, müsst ihr die ganz dringend installieren und zwar sofort. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Die nächste Möglichkeit, die ihr jetzt aktuell habt, ist, achtet auf HTTPS-Verschlüsselung. Dazu ganz kurz was. Ich zeige euch einfach mal den Link. Hier oben findet ihr HTTPS. Die meisten von euch werden es kennen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr das Video einfach an Leute weitergebt, die nicht so viel Ahnung haben, damit die auch informiert sind. Deswegen erkläre ich es ganz kurz. HTTPS ist die Verschlüsselung von der Webseite. Das hat nichts mit WLAN oder so zu tun. Die ist immer noch absolut sicher. Das bedeutet, wenn eure Daten über HTTPS verschlüsselt sind, könnt ihr euch einloggen. Und trotzdem erfährt der Angreifer hier überhaupt nichts, weil eure Daten sozusagen doppelt verschlüsselt sind. Einmal ist die Kommunikation zum Router verschlüsselt. Das ist das, was gebrochen wurde. Aber die Kommunikation zur Webseite, die ist nochmal verschlüsselt. Und das heißt, man hat eigentlich Verschlüsselung in Verschlüsselung. Und nur eine von den beiden ist geknackt. Also HTTPS, wenn das da steht, dann ist es immer noch sicher, diese Webseite zu besuchen, Passwörter einzugeben. Alles ganz gut. Und ja, zu dem Link komme ich gleich nochmal zurück. Das nächste, was ihr natürlich machen könnt, ist, sofern es möglich ist, bei Handys wird es schwierig, aber bei einem normalen Notebook oder sowas, kann man auch eigentlich immer ein LAN-Kabel anstecken. Und über LAN funktioniert dieser Angriff natürlich nicht. Nicht einfach jeder kann einen LAN-Traffic mitlesen. Dazu müsste man ins LAN-Kabel reinbohren. Und das würdet ihr höchstwahrscheinlich mitbekommen. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, über LAN euch anzubinden, tut das. Und die letzte Möglichkeit, die ihr habt, ist, über VPN euch einzuwählen. VPNs verschlüsseln, also über VPN einwählen, bedeutet, ihr besucht die Webseite nicht direkt, sondern ihr liefert euren Traffic an einen VPN-Provider. Das kostet im Normalfall auch wirklich Geld. Dort wird dann wiederum die Anfrage an die Webseite gestellt und der Traffic an die Webseite wird sozusagen über diesen VPN-Provider umgeleitet. Das bedeutet, ihr habt eine Verschlüsselung zu dem VPN-Provider, damit eure Daten auf dem Weg nicht abgegriffen werden können. Und die wiederum sichert euch natürlich auch, wenn diese Webseite eigentlich nicht HTTPS hat. Das heißt, das Beste, was ihr machen könnt, ist VPN benutzen, LAN-Kabel benutzen und HTTPS und natürlich patchen, sobald es geht. Also in meinem Fall, ich bin überhaupt nicht betroffen, weil ich sowieso immer über Kabel dran angebunden bin. Und ja, Notebook oder sowas wird jetzt natürlich auch über LAN angebunden, wobei ich sowas nicht habe. Okay, egal. So, jetzt, wie funktioniert der Angriff? Das ist wahrscheinlich das, warum viele jetzt bei mir zugucken. Das ist nicht mehr sozusagen interessant, zumindest häufig nicht. Aber ich möchte euch natürlich trotzdem auf jeden Fall erklären. Wenn ihr noch genauere Informationen habt, habe ich euch gleich noch eine Webseite, kommt aber am Schluss. So, also was passiert? Jetzt haben wir links einfach mal den Router und rechts haben wir das Notebook, das ich jetzt über WLAN einwählen möchte. Zunächst einmal stellt natürlich das Notebook die Anfrage, hey, ich bin da, ich würde gerne reinkommen. Die ist jetzt allerdings hier nicht drin. Es geht um den sogenannten Vier-Wege-Handshake. Das ist der Verbindungsaufbau von WLAN zu Notebook. Und dort wird immer ein Schlüssel ausgetauscht. Und dieser Schlüssel, auf dem funktioniert im Endeffekt der Angriff. Das bedeutet, man kann hier einfach diesen Schlüssel umgehen, weil man ihn als bekannt voraussetzt. Und das ist natürlich ziemlich böse. So, also zunächst einmal schickt der Router an den Client eine Hallo-Nachricht. Und in dieser Nachricht ist eine Nonse drin, eine Number-Only-Once. Das heißt, man hat im Endeffekt nur einmal diese Zahl. Und das ist ganz wichtig, denn sonst ist dieser Schlüssel, der da ausgehandelt wird, nicht fresh. Das bedeutet, man kann eben den Angriff sowieso durchführen. Diese Nonse führt sozusagen dazu, dass der Angriff hier, dass der Schlüssel, der ausgehandelt wird, immer neu ist. Das bedeutet, wenn ihr einfach nur mithört, den Traffic von irgendeinem WLAN-Gerät, dann habt ihr davon überhaupt nichts. Und im nächsten, die Nachricht, sagen wir mal einfach, ich möchte YouTube.com anfragen. Dann kommt dieses YouTube.com einmal verschlüsselt mit einem komplett komischen Schlüssel und das nächste Mal mit einem völlig anderen Schlüssel. Dieselbe Nachricht wird unterschiedlich verschlüsselt. Und dass diese Schlüssel hier unterschiedlich sind, das ist ganz gut. Und das wird eben nur durch die Nonces hier sichergestellt im Endeffekt. Ich zeige euch gleich noch, wie diese Schlüssel berechnet werden am Ende. Und zurück kommt vom Client dann eine weitere Nonce. Die hat der Client sich ausgewählt. Das ist eine andere Nonce wie die hier oben. Die Client Nonce im Endeffekt mit der Unterschrift. Das ist eine digitale Signatur. Wenn euch das mehr interessiert, dann schaut euch am besten einfach mal meine Kryptografie-Playlist an. Da erkläre ich euch genauer, was das ist. Oder IT-Sicherheit, da haben wir es auch kurz gemacht. Okay, zurück kommt ein Okay, ich habe deine Nachricht empfangen. Vom Router an den Client mit der Nonce. Das ist jetzt wiederum dieselbe Nonce, die in der ersten Nachricht mitgeschickt wurde. Und diese Nonce wird auch unterschrieben vom Router. Also die haben natürlich beide andere Unterschriften. Stellt euch vor, wie im echten Leben. Ich habe eine andere Unterschrift, wie derjenige, der jetzt hier gerade das Video guckt, also du. Und ja, so ist es natürlich auch hier. Der Router hat eine andere Unterschrift wie der Client. Die Unterschrift kann öffentlich verifiziert werden. Das heißt, jeder kann die Unterschrift verifizieren, aber nur das Gerät selbst kann diese Unterschrift durchführen. Das heißt, man weiß sozusagen, dass diese Nonce auch wirklich zum Router gehört und dass der Router auch wirklich diesen Nonce ausgewählt hat. Also da gibt es keinen Angriff drauf. So, und dann kommt natürlich hier dieser Schlüssel, der wird mitgeliefert. Und das ist der Schlüssel, der dann für die weitere Kommunikation dient. Das heißt, das ist der Schlüssel, mit dem man auch ab sofort dann verschlüsselt. Und das ist auch der Schlüssel, der dann eben angegriffen wird. Ihr denkt jetzt vielleicht, hey, ich gebe doch immer genau denselben Schlüssel ein. Mein WLAN-Passwort ändert sich ja nicht so häufig. Das ist korrekt. Das WLAN-Passwort fällt hier auch nicht rein. Das ist nicht das WLAN-Passwort. Das WLAN-Passwort ist nur dazu da, damit der Router weiß, dass der Client auch wirklich das WLAN benutzen darf. Das ist hier gar nicht dargestellt. Okay. Der Client sagt dann normal, okay, ich habe alles verstanden und habe den Schlüssel bekommen. Und ab da kommunizieren sie einfach ganz normal. Das ist sozusagen was, was am Anfang beim Einwählen passiert und das kriegt ihr nicht mal unbedingt mit. So, jetzt der Angriff. Was passiert hier? Und zwar, es kann vorkommen auf WLAN oder generell, alle Signale im Internet können gestört werden durch, keine Ahnung, irgendeinen Blitzschlag oder sowas. Und bei WLAN passiert sowas relativ schnell. Denn WLAN ist ein Broadcast-Medium. Das heißt, wenn einfach jemand auf derselben Frequenz die ganze Zeit funkt, sozusagen, und einfach stärker funkt als das WLAN, dann kann einfach mal hier eine Nachricht verloren gehen. Und das ist ganz normal. Damit muss man leben. Und dann wird im Normalfall einfach diese Nachricht neu übertragen. Und das hat jetzt übrigens nichts mit der Unterschrift zu tun. Das soll einfach nur bedeuten, wenn diese Nachricht verloren geht, wird sie neu übertragen. Das Problem jetzt hierbei ist, und darauf basiert eben der Key Reinstallation-Angriff, Man kann diese Nachricht natürlich auch einfach übertönen mit Absicht. Das heißt, diesen Verlust hier herbeiführen. Und jetzt hat man gemerkt, bei dem WPA2-Protokoll werden die Nonses hier wieder auf Null gesetzt. Oder es wird einfach eine Nons benutzt, die schon mal gewählt wurde. Das heißt, irgendeine andere. Hier unterscheiden sich übrigens die Implementierung bei Linux und Android. Deswegen kann Einfügen und Manipulieren hier gemacht werden. und Lesen natürlich wird diese Nons auf Null gesetzt. Während bei Windows, soweit ich weiß, wird hier einfach eine Nons genommen, die schon mal da war. Das heißt, es ist auch trotzdem schlimm. Man kann immer noch mitlesen. Und dadurch wiederum kann man berechnen, wie dieser Schlüssel im Endeffekt aussieht. Sprich, man kann berechnen, wie der, oder besser gesagt, dieser Schlüssel hier ist nicht mehr unique. Das heißt, nicht mehr neu. Und dadurch eben kann man sagen, okay, das ist jetzt die Nachricht XY und ja, ich weiß, was das im Endeffekt ist, weil ich weiß ja, wie diese Nachricht aussehen würde, wenn ich es machen würde. So, nochmal kurz zum Schlüssel. Und zwar, der wird nämlich immer so berechnet, wobei der PMK ist auch nochmal eigentlich ein Schlüssel. Hier kommt tatsächlich jetzt euer Schlüssel rein von dem WLAN. Was, also der PMK berechnet sich erstmal, das ist einfach nur das hier, ist einfach nur irgendeine Gleichung hier. Und J1 ist eine Hash-Funktion, das bedeutet, hier wird einfach 4096 mal der Schlüssel vom WLAN, also ASDF1234, was auch immer ihr beim WLAN, beim Einloggen eingeben müsst, und die SSID, das ist einfach nur der Identifier von dem WLAN, also mein WLAN hieß bei den Tutorials immer WLAN ohne Elan. Das ist sozusagen der Name. Die beiden Dinger werden hintereinander geschrieben und dann 4096 mal gehashed. Und das ist im Endeffekt natürlich immer gleich. Das heißt, hier ändert sich, solange ihr den Schlüssel nicht ändert oder die ID vom WLAN nicht ändert, ändert sich hier überhaupt nichts. So, das heißt, der PMK ist immer gleich. Und die MAC-Adresse vom Client und die MAC-Adresse vom Access Point, die sind auch immer gleich. Das sind die MAC-Adressen, die ändern sich nicht. Dazu sind die da. So, und jetzt hier, hier sollte natürlich ein C stehen, kein S. Die NONS ist, wobei, ich habe Supplier genommen. Hier habe ich Client gesagt, hier habe ich Supplier genommen. Total bescheuert. Egal, vergiss das. Die eine NONS ist vom Client, die andere NONS ist vom Router. Und ja, die beiden NONS sind natürlich immer frisch gewählt. Deswegen NONS, Number Only Once. Das heißt, die sind einmalig oder sollten zumindest einmalig sein. Das heißt, dieser PTK hier, der Pairwise Transient Key, das ist der Schlüssel hier, mit dem immer verschlüsselt wird. Und der ändert sich bei jedem Verbindungsaufbau, weil man natürlich immer neue NONS wählt. Wenn jetzt aber hier dieselbe NONS gewählt wird, dann ist der Pairwise Transient Key, das heißt, der Schlüssel, mit dem verschlüsselt wird, immer gleich. Und ich kann das machen, wenn ich jetzt hier natürlich sogar Nullen wählen kann, dann kann ich dir sagen, okay, der Pairwise Transient Key ist eindeutig das, was auch immer es gerade ist. Und das ist natürlich ziemlich fatal. So, und darauf basiert im Endeffekt genau der Angriff. Okay, das war es von meiner Seite. Erstmal, wenn es euch genauer interessiert, dann habe ich hier noch zwei Quellen für euch. Und zwar einmal, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat, welcher ist heute gestern, scheinbar ganz spät, gestern Abend war auf jeden Fall noch nichts da, sehr, sehr spät. Gestern haben die eine Stellungnahme rausgebracht, das BSI rät zur Vorsicht, was natürlich auch sinnvoll ist. Und ja, tatsächlich empfiehlt das BSI hier einen VPN-Tunnel. Und da war ich sehr überrascht, dass das wirklich eine sinnvolle Stellungnahme ist, weil man normalerweise von Behörden eher hört, ja, VPN, nicht so toll und so, benutzt doch bitte was, was wir auch wirklich gut ausspielen können. Nein, in dem Fall haben sie gesagt, bitte benutzen, VPN-Tunnel ist eine super Alternative oder man soll einfach versuchen, keine sensiblen Daten übers WLAN-Netzwerk zu versenden. Und wenn ihr noch sehr, sehr viel detailliertere Informationen haben wollt, dann könnte ich, oder würde ich euch diese Seite empfehlen, crackattacks.com, da ist das offizielle Paper drin, das könnt ihr euch komplett durchlesen. Hier ist auch eine kleine Demo drin und hier hat es Details zum Angriff. Viele habe ich jetzt gar nicht gesagt, zum Beispiel Replay-Angriffe sind dadurch sehr, sehr gut möglich geworden, weil natürlich hier auch nicht nur die Nons resettet wird, sondern es werden auch eben die übertragenen Paketdaten wieder auf Null gesetzt. Also es ist nicht nur, dass eben die Nons zurückgesetzt wird, sondern es geht sogar noch ein bisschen weiter. Und ja, wenn man hier, je nachdem welchen Schlüssel oder es gibt mehrere Arten von WPA im Endeffekt, was auch immer euer Router gerade unterstützt und je nachdem, was man hier benutzt, dann ist es besonders katastrophisch, denn ja, gegen diese Protokolle kann man sogar hier nicht nur dechiffrieren, sondern auch Pakete fälschen und einfach neue Pakete injizieren. Das ist relativ übel, also das ist im Endeffekt das, was ich gesagt habe, mit einfügen. Und ja, Android und Linux besonders betroffen. Ihr könnt euch hier die CBEs auch durchlesen, ist alles sehr interessant oder auch das komplette Paper. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.